Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 432 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ein Mitarbeiter siebt mit einem speziellen Gerät Kaffeebohnen. Ein Mitarbeiter siebt mit einem speziellen Gerät Kaffeebohnen. Wir haben uns ausgesprochen. Wir bleiben zusammen. Die Probleme sind endgültig gelöst. Wir haben uns ausgesprochen. Wir bleiben zusammen. Die Probleme sind endgültig gelöst. Wir haben uns ausgesprochen. Wir bleiben zusammen. Die Probleme sind endgültig gelöst. Unser Callcenter beschäftigt zehn Kollegen aus fünf verschiedenen Ländern. Unser Callcenter beschäftigt zehn Kollegen aus fünf verschiedenen Ländern. Unser Callcenter beschäftigt zehn Kollegen aus fünf verschiedenen Ländern. Wenn jemand ein Problem hat, dann lade ich ihn zu mir ein und wir reden darüber. Wenn jemand ein Problem hat, dann lade ich ihn zu mir ein und wir reden darüber. Wenn jemand ein Problem hat, dann lade ich ihn zu mir ein und wir reden darüber. Ich bin gerade hier angekommen und finde keine Unterkunft für die Nacht. Ich bin gerade hier angekommen und finde keine Unterkunft für die Nacht. Wenn jemand ein Problem hat, dann lade ich ihn zu mir ein und wir reden darüber. Wenn jemand ein Problem hat, dann lade ich ihn zu mir ein und wir reden darüber. Fiona hat immer gute Ideen. Wir sollten uns die Sache zu dritt ansehen. Fiona hat immer gute Ideen. Dieses Problem lösen wir gemeinsam im Team. Dieses Problem lösen wir gemeinsam im Team. Geht es dir nicht gut? Hast du Fieber? Kann ich etwas für dich tun? Geht es dir nicht gut? Hast du Fieber? Kann ich etwas für dich tun? Geht es dir nicht gut? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Mein erstes Album erscheint nächstes Jahr. Ich singe und spiele Gitarre. Mein erstes Album erscheint nächstes Jahr. Ich singe und spiele Gitarre. Mein erstes Album erscheint nächstes Jahr. Ich singe und spiele Gitarre. Ich habe das Kleid online gekauft. Jetzt bezahle ich mit Kreditkarte. Ich habe das Kleid online gekauft. Jetzt bezahle ich mit Kreditkarte. Ich habe das Kleid online gekauft. Jetzt bezahle ich mit Kreditkarte. Ich überlege mir meine Schachzüge sorgfältig. Ich überlege mir meine Schachzüge sorgfältig. Ich überlege mir meine Schachzüge sorgfältig. Hier kommen testweise kleine Päckchen mit einem Lieferroboter. Hier kommen testweise kleine Päckchen mit einem Lieferroboter. Hier kommen testweise kleine Päckchen mit einem Lieferroboter. Ich habe nur einen Hund bekommen, weil ich versprochen habe, jeden Tag mit ihm spazieren zu gehen. Warum funktioniert es nicht? In Afrika kamen wir den Elefanten sehr nahe. Ich lebe in Frankreich. Gleich gibt es ein echtes französisches Frühstück. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Äh. 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 Vielen Dank.